Yo Leute und damit Willkommen zurück zu Mario Kart 64 mit dem Flash Mit Centos, dem Rennfahrer Hallo Ja, du laberst immer ne Scheiße Voll immer Ja, guck mal, ich lass mich immer Jedes Mal für dich was Neues einfallen Mhm Ja, wenn der Duden für dich einen Namen hätte, ne? Du hättest alles durchschauen bei mir Am Marsch Ähh Nimm heute Tod Tod? Was ist eine Überraschung? Wie immer Tod? Tod? Dort Torte Die Totohose Därtchen nimm ich hier, Därtchen Star Cup Oh mein Gott Geh mal nochmal rüber Wollt wissen Oh nein Der Schreck Ne, ne, den hier noch nicht Aber die strecken wir hier Was wurde ich gefunden? Da ist auch ein Remake von dieser einen Strecke Naja, von der ganz unten Ne, die hatten wir ja Vielleicht habt ihr da auch den goldenen Cup an? Den goldenen Pokal? Ja Okay Oh, Vario Station Oh, die kann ich gar nicht mehr Ja Ist normal dass er das anzeigt Es ist normal, dass er das anzeigt Bäh Bäh das war klar scheiße müssen glaube ich tja hallo pisse war klar ich rutsche direkt durch ja und fick dich du bist trotzdem weit vorne schon jetzt durch die kurven siehst du mich jetzt nicht so ganz erwartet siehst du bist doch schon wieder diese geilen dinger hier schon wieder nichts bekommen boah ich hasse das hier ne hat da was für dich wo denn nach einer banane für dich wo in dem weg wo wo wer es wissen will ja der bus wie was warum wer das wissen will und weil wo ist der bus für freddy und dann kommt er wieder angekommen ist weiß ich schon miki dass wir anhaft fünfter bowser mecker noch um mir das ist die freuen sich doch wenn die jemand überholt hat der glück war nur weil er gebremst hat meine pilzfreunde man kann man auch machen wenn man den richtigen timing springt hast du drückt oder im richtigen timing einen abschießt dann fliegt er nämlich hinten runter oder soja ich mich verarschen du weiterbombsknoten wir wissen das schon lange dass unsere videos nicht jugendfrei sind das ist mir auf die sind wirklich die jugendfrei wir rülpsen die ganze beleidigung ist durchgehend ich weiß dass ich sage ich ja unsere videos sind nicht jugendfrei wir müssten immer schon fsk 18 bei jedem video machen selbst bei mario kart 64 was war das jetzt für ein lenken also ich war ja schon nicht schlimm dass joshi und mario unter mir sind aber das ist die beiden komischen freunde hier hinten auch hinter mir ja mit donkey kong noch zusammen ja ich glaube die freuen sich dann immer ja auzentos ich habe eine facebook anfrage für dich du bist so blöd so behindert ich will ich nicht geben mit der bin ich mit ihr bin ich schon befreundet im schloss mhm oh oh scheiße tja noch peach tut mir leider leid tja muss erst an den hofner da vorne rankommen ja an den hofner ist klar du bist der hofner du bist doch tot nicht ich ja bis der den niemand mag bruder ja den niemand mag nein warum hast du eigentlich so ein schutzschild auf dich was soll das ach einfach nur so war klar dass ich hier wieder nichts bekomme oh danke ah das war nämlich auch dass man durch diesen wenn du dann springst nochmal richtig weit springen kannst das im richtigen moment dann kommt der nochmal man kann das doch ne ja würde man bitte weg gehen wir wollen nicht ich will keine dinger von wenn du springst dabei ali hau ab schade ich will nix ali hau ab er soll der blitz nicht beim kacken treffen ah schießt dir jetzt den kopf ah ich hasse das manchmal mit den lenken hallo schade hat nicht geklappt äh wo man übertreiben sollte man es auch nicht ja ich weiß weil du fängst an zu rutschen mhm hm ja ist nicht wahr ah ich komme noch ich komme noch eh will ich aber nicht oh ja geil ich will aber nicht dass du kommst pilztastisch weißt du was gruselig an diesem level ist varios gesicht an der wand er wollte auch mal aufmerksam auf sich machen man habe ich auch gehabt ich hätte man die andere richtung lenken müssen fuck 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 total reingewindet mit so'n ding gequabbt ja du pisser das war nur weil ich hinter dir war du pisser aber irgendwie kriegen die anderen uns nicht wirklich ne komischerweise aber die sind da guck da ist jemand ja habe ich schon gesehen du arsch brauchst du mir nicht erzählen ich sehe das schon ja ich gucke mal auf die mittellinie nicht nicht das ist weiß ich wenigstens wer wo ist hier kriege ich wieder nix oder nein man schon wieder nicht hier krieg ich nie was fahr ich nicht sind denn wo ist denn peach hinter mir okay der sind seine eigene bananen stelle eben gefahren hier mario marius fünfter aber sicher geht's also nicht wirklich gerade idiot voll idiot der wollte auch nicht weg lenken die sau wow das war mein panzer doch der da hin und her gefahren ist eben das war klar das war klar aber das ding hole ich mir das glück gehabt da hast du glück gehabt eben oh oh das tut weh idiot oh nein jetzt flieg ich hier runter ja jetzt fliegst du da runter achter 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 ja da bist du instant achter das läuft bestimmt noch falsch rum ne vor allem wie lange geht denn die runde hier überhaupt knapp drei minuten oh mein gott ich bin siebter joshis knapp drei minuten wir sind bei elf minuten oh wie lange ging die wiki die runden oh und die runde ging sechs minuten insgesamt 6 9 zu 13 tal mies erster ja warum ich würde auch erster gewählen du hättest mich eh nicht mehr gekriegt hier waren noch ein paar chancen hier waren noch ein ding nö ich hätte ihnen noch was scrappen können das ding das habe ich hingesetzt gehabt ich hätte noch irgendwas holen können nein schlimm hättest du nicht na scheiße du alter loser hab ich mir selbst ein Ei geschossen ja aber so richtig weil du auch direkt rein fahren musstest ja ich wollte im geradenflug die dinge rein zimmern mhm der ist noch gecrashed oh mein gott tja passiert null punkte passiert null punkte das war das erste level ne ja das ging echt ganz schön lange ja fast sieben minuten bei mir ja null wieso haben wir denn 13 minuten schon aber wir hatten vorher noch die aufnahme an und sowas ja aber nicht so lange ja und dann halt noch ein bisschen rumgegrabbt tja auch nö ich hasse okay ich werde diesen cup total ablosen das ist richtig kacke das level hallo hi lebe bei der klettern karet als Ja, der fährt ja auch lang. Aha. Na sicher. Ei, 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 ei. Mäh. Aber ich treffe nie jemanden, ne? Damit. Ach du Pisser. Ich hasse dich. Ja, die sind so kacke, die Pinguine, ne? Vor allem, seit wann laufen Pinguine im Kreis um so... Weiß ich nicht, weil die dumm sind. Ja, merke ich schon. Siebter bin ich. Aber früher konnte ich das besser, das Level. Was soll ich denn sagen? Naja, wir müssen echt mal überlegen. Und wir haben diese scheiß Verzögerung drin. Und dann ist das schon schwerer. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Ach! Du kleiner Pisser. Ich hasse dich. Wolltest du dir ein Item holen? Ach, fick dich. Ja, Bowser, fahr du durch. Hey, du Pinguine, hau ab. Und tschüss. Wolltest du. Blub, blub, blub. Scheiße! Oh, mein falschen Teuer erst mal. Nö. Ich doch nicht. Ah, genau. Verdammt du Scheiße, ey. Und Feuer. Das Level ist so zum Kotzen, ne? Was soll ich denn sagen? Du bist weiter, du Arsch. Also jetzt Maul. Ah, scheiße. Und wenn ihr Leute euch jetzt denkt, wir beleidigen uns immer so aus Spaß. Das ist normal. Ja, das ist, das ist nix Neues. Wir hassen uns auch beide persönlich. Ja, so richtig. Komm schon! Du hässlicher Pinguin! Kick mich mal noch weiter zurück, ist klar. Oh, was ist der? Wo ist der? Wo ist er? Oh, da kommt sie. Sei du froh, dass du Zweiter noch gewonnen bist, weil den Dritten... Ne, ich hab... ...haut er nämlich auch weg. Ich hab extra abgebremst. Ähm, den Dritten, den knallt er auch nochmal weg. Okay. Wusstest du das nicht? Ne, ich dachte immer, dass er einfach jeden, den er eine Linie hat oder so. Mitnimmt. Ne, wenn ich jetzt Achter bin, den Sechsten... Ne, warte mal. Ach, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ich werde auf jeden Fall Achter. Auf jeden Fall immer ein zweiter. Zweier Abständen haut er die weg. Okay. Und wieso heizt du die Auge? Ich hab gesagt, ich werde auf jeden Fall Achter. Hallo, du kannst doch auf jeden Fall noch... Ah, ne. Ne. Ich muss nicht mal Bau sein wollen. Hm, ich kann gar keinen einen holen. Scheiß Pinguine. Ihr Motherfucker. Na. Niedliche Pinguine. Nein. Nähfige Computerscheißer sind das. Na, guck mal hier, hierhin krieg ich so gute Sachen jetzt, ne? Äh? Ja, das ist aber normal. Macht und kriegst du immer alles. Hm. Aber was nicht mehr so viel bringt. Leider nicht. Wenn dir zum Donkey Kongs höher wäre, dann würdest du noch was bringen, alles. Kriegst du den hier nicht mehr. Scheiße, ey. Aber das Level ist auch kleiner. Bam. Oh, mein Gott. Guck mal, selbst Donkey Kong kriegt noch ein... Ja, und das Level ist aber auch kleiner, deswegen. Ja. So ist die Runde auch schneller zu Ende. Zwei Minuten. Bringen wir eh nix mehr. Aber jetzt ist noch Spannung drin in Centos. Fick dich, du Arsch. Dass du keine Panktik kriegst und ich... Bin ich jetzt runtergefahren? Nein, ja, gerade eben noch. Zum Schluss. Ja. Habe ich auch runtergefahren bin, das ist die Frage gerade. Nee, ich glaube schon, also war es jetzt irgendwie nah. Nö, meiner fährt ja noch. Also hat er die Kurve noch gekriegt. Ja, die cheaten sich immer so noch zurecht. Ich habe das früher aber immer gemacht, dass ich den Abkurs runtergefahren bin. Ey, vier Leute auf dem ersten Platz oder neun Punkte. Ja. Das ist nicht deren Ernstes gerade, oder? Doch. Also, das habe ich noch nie gehabt. Untertitelung des ZDF, 2020